Musik Jedes einzelne Gruppenspiel der Regel ist... Javier Czer... Mascherano hat den Ball... Er hat den Ball sofort verarbeitet... Und jetzt haben sie es! Das Tor! Ein super Schuss! Besser geht's nicht! Das hat er im Training geübt! In die linke Ecke! Ein bisschen Glück gehört auch zum Fußball hier zu sehen... Glück, dass der Ball hinter die Linie springt! Schakiri... Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft... Fantastisch! Schakiri... Der Abi! Er trifft nicht! Mascherano hat den Ball... Zabaleta... Diguain... Banega... Ja, da muss man ganz anders an die Sache rangehen... Da muss man kompakt stehen! Da sind ja riesen Lücken dahinten! Wunderbar gemacht! Das Bällchen läuft hier hin und her... Macht genau das, was die Spieler wollen! Er attackiert ihn! Er will den Ball! Mascherano hat den Ball! Achtung! Seferowitsch! Stefan Lichtsteiner! Die Maria! Sie spielen sich den Ball zu wie im Training! Higuain... Zabaleta... Die Situation wurde geklärt! Schakiri... Zu früh gestartet! Abseits! Schakiri... Stefan Lichtsteiner... Rani Chaka... Das wird ganz gefährlich! Achtung! Joden hat er ja gar nicht richtig getroffen! Zabaleta... Und nun Rio de Messe! Die Fans sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen! Das warำ circumstance! Mascherano hat den Ball. Banega. Oh je, war das abseits? Ich warte da keine Prognose. Mascherano hat den Ball. Was will mir ein 1 zu 0 für Paul zu sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams im Durchgang 2. Da war ja noch gar nicht lange gespielt. Da rappelte es schon im Karton und der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Banega. Mascherano hat den Ball. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hinten und her spielt. Seferovic. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. Der Assistent zeigt an, abseits. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Die Maria. Mascherano hat den Ball. Aguero. Garnke fliegt in den 16er. Mal gucken, ob sie von dieser Balleroberung profitieren können. Das sieht sehr gut aus, wie die drauf sind in dieser zweiten Halbzeit. Trotzdem wechselt der Coach nochmal aus. Er bringt einen frischen Mann. Jetzt greift er ihn an. Die Maria. Die Maria. Savaleta. Die verstehen sich blendend. Und da in die garada. Alles. Das ist super. Das ist wieder zu viel. Weil jetzt, was der Mannes und der Mannes und der Mannes, der Mannes, der Mannes, der Mannes, der Mannes, der Mannes, der Mannes Lerner, der Mannes. Savaleta. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Schöner Pass. Jetzt ist er, und? Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivfunk raus. Gutes, schnelles Passspiel. Schönes Deckling, sauberer Zweikampf. Seferovic, Valentin Stocker, Berami. Mascherano hat den Ball. Savaleta. Ja, da hatte er keine vernünftige Option mehr, deswegen musste er den Ball jetzt ausspielen. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Jetzt steht auch schon einer parat. Valentin Stocker. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Zabaleta. Das Endresultat 1 zu 0.